Ich zeige Ihnen einen Ausschnitt aus Asien und stelle dann die Frage. Es geht um den 14. Januar. Mir ist kalt. Ich habe Hunger. Wo ist das? Worum geht es? Und wie geht's weiter? Oliver, Sie waren als Erste am Bazar. Sie sind dran. Ja, das ist relativ einfach. Das war sicherlich Nordkorea. Nach dem Tod von Kim Jong-il entlädt sich der ganze Volkszorn. Ja, fast. Es ist China. Und es ist viel, viel schlimmer. Ich habe Hunger. Und jetzt verkaufen Sie nicht mal das neue iPhone. Ach du Scheiße. Die arme Sau muss mit dem alten iPhone telefonieren. Das ist natürlich der gesellschaftliche Tod. Ja, verdammtes Terrorregime.